Test, Test, 1, 2, 1, Test, Test, 1, 2, 1, Test, Test, 1, 2, 1, Test, Test, ja, da muss ich mal bei ihm von euch bleiben, wenn ich muss, wenn ich so eine Tüge, wo ich euch rüberwege. Das AGT wollte ich zeigen, dann kommen wir mit. Taschen am Park vergessen, nicht in der Tasche. Hier, der Durchbruch. Hier, der Durchbruch. Blau, blau, da ist ein blauer von uns. Kontakt schon bestätigt da hinten, ja? Ja, der Hand ist gut. Okay. Jo, Winko, komm mal. Kontakt bestätigt hier irgendwo drinnen? Das ist nicht. Flo, Kontakt bestätigt? Nein. Da in der Richtung sollen sie schon irgendwo kommen. Du siehst da nicht in dem Dicke-Stall. So alle grün explodiert, ey. Ja, lass uns mal hier raus. Jo? Wir gehen hier aus, nah an der Hauswand entlang. Ich glaube die rechte Seite. Ja, okay, okay, auf dem Hügel, ihr checkt. Ja, okay. Die sind von uns. Die sind von uns. Oder die mit einem anderen Flügelmenz oder was? Oder die einen Flügel. Damit ist... Können wir mal in dir halten. Der ist oben, der ist oben, der ist oben. Der ist oben, hörst du ja von wo die Schüsse kommen. Und hier irgendwo sind sie auch schon. Hier fliegen die Kugeln auch schon mir entgegen. Folg mal Flo. Flo, du kriegst Besuch von uns. Da kommen die Hörchen nach. 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 Grunde sind hier lange, die Hörchen nach. Da kommen die Hörchen nach 5 Minuten. Da gehen die Hörchen nach innen. Es gehen weiterkommen, da war Rico, der hat sich da verschanzt da oben. Es geht weiterkommen, da war Rico, der hat sich da oben. Okay. 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 Ich bin in der alten Position. Richtung Bunker. Mit mir wisch. Ich bin in der alten Position. Ener ist raus. Ener ist raus. Ener ist raus. Kann ich dir nicht sagen, ob da noch ein später ist. Jo. Komm raus. Der Hügel ist unser. Komm, 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 komm. Nachziehen. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. okay okay absichern absichern nach die richtung blau ist unser da ist unser absichern nach die sicherung in die richtung riko die hohen stücke vor und dann runter zum haus ich komm nach komm komm mit ihr vorteil ist ecker ihr vorteil ist ecker jo nachziehen ok das ist ein sound aus australien stücke vor so was hätte gut floh der sound der sound hört sich alles an aus haus 3 ob die da im haus 3 richtigen machen und hinterm haus 3 vom sound her floh da ist eine deckung du hältst uns den rücken frei letztes mal an rücken frei halten na da aus links kommen sie nur vom spawn sehr schön korrekt gut jungs Hint!